Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Peru steckt immer noch im Loch, fünf Schlüssel zur Niederlage gegen Argentinien. Peru wurde vor einer Niederlage durch ein problemloses Spielendes Argentinien unter der Führung von Lionel Messi bewahrt. Er hat bei den südamerikanischen Qualifikationsspielen noch kein Tor erzielt. Die peruanische Nationalmannschaft verlor mit 0 zu 2 gegen Argentinien, was eine diskrete Präsentation widerspiegelt. Das Team um Juan Reynoso enttäuschte und liegt nach der dritten Niederlage in Folge auf dem neunten Platz der Südamerika-Qualifikation. Die Bicala-Mannschaft erlangte ihr Gedächtnis nicht zurück und zeigte wie schon bei der harten Niederlage gegen Chile in Santiago wieder einmal Mängel in allen Linien. Und dieses Mal schaffte er es gegen den Weltmeister. Das peruanische Team erlitt eine Niederlage gegen Argentinien. Die Hauptgründe sind hier zusammengefasst. 1. Lionel Messi Messi glänzte im Nationalstadion in Lima, erzielte zwei Tore und führte Argentinien an. Seine Rückkehr zur Albi Celeste verlief erfolgreich und seine Leistung war herausragend. Zweiter peruanische Verteidigung im Niedergang, trotz der Erwartungen einer stärkeren Verteidigung unter Juan Reynoso hatte Peru mit Defensivproblemen zu kämpfen. Die Abwehr konnte Messi nicht eindämmen und ließ Argentinien zwei Tore schießen. Dritte Enttäuschung über Reynosos Wetten Einige Spieler, die Reynoso für das Spiel ausgewählt hatte, zeigten nicht die erwartete Leistung. Anderson Santa Maria, Nilsson Loyola und Andi Polau zeigten keine gute Leistung und wurden zur Halbzeit ausgewechselt. Vierter Peru kann kein Tor erzielen, Peru hat in der Qualifikation bisher kein einziges Tor geschossen. Außerdem gelang es ihm nicht, aufs Tor zu kommen, was die Offensivschwierigkeiten der Mannschaft unter Reynoso verdeutlicht. Fünfte Argentinien auf dem Vormarsch Trotz der anfänglichen Erfolge Perus übernahm Argentinien die Kontrolle über das Spiel und Messi war eine herausragende Figur. Messi betonte, dass Argentinien sich in jedem Spiel weiter steigere und deutete an, dass sie nahe daran seien, zu den besten Mannschaften zu gehören, obwohl er darauf hinwies, dass Barcelona die beste Mannschaft der Geschichte sei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die peruanische Nationalmannschaft mit Defensiv- und Offensivproblemen zu kämpfen hat, während Argentinien weiter wächst und seine Qualität auf dem Spielfeld unter Beweis stellt. Peru steht vor einer Reihe von Herausforderungen, darunter Defensiv- und Offensivprobleme, während Argentinien seine Position als eines der stärksten Teams in der Region weiter verbessert und festigt. Messis Präsenz als Anführer ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg Argentiniens. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram